Hier präsentieren wir oben 5 besten Ellipsen Trainer Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Der Maxxis CX 6.1 ist ein Ellipsen Trainer mit Magnetbremse, der vor allem durch seine äußergewöhnlichen Qualität und Stabilität zu überzeugen weiß. Wer auf der Suche nach einem hochwertigen Modell ist, wird hier definitiv fündig. Der Vorteil einer Magnetbremse ist vielfältig. Zum einen ist damit ein geräuscharmes Training möglich. Zum anderen sind Ellipsen Trainer mit Magnetbremse oft günstiger. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Qualität darunter leidet. Nummer 4. Der Sportstech CX 625 Croce Trainer ist ein Ellipsen Trainer mit Magnetbremse, der vor allem durch seine Smartphone-Kompatibilität besticht. Wer ein Entertainment-Produkt sucht, ist hier definitiv richtig. Der Vorteil einer Magnetbremse ist vielfältig. Zum einen ist damit ein geräuscharmes Training möglich. Zum anderen sind Ellipsen Trainer mit Magnetbremse oft günstiger. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Qualität darunter leidet. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Der Maxxis CX 4.3F, ein Ellipsen Trainer mit Magnetbremse, bietet dir ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch die gute Qualität wird vor allem Stabilität und ein gesundes, gelenkschonendes Training garantiert. Der Vorteil einer Magnetbremse ist vielfältig. Zum einen ist damit ein geräuscharmes Training möglich. Zum anderen sind Ellipsen Trainer mit Magnetbremse oft günstiger. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Qualität darunter leidet. Im Gegenteil, das eingesparte Geld wird hier gut in die anderen Komponenten investiert, um eine gute Qualität zu gewährleisten. Nummer 2. Beim Cross-Trainer-Walkhub mit Scandica Elliptical Carbon Pro Advance werden alle wichtigen Muskelgruppen in Beinen, Armen und Körpermitte beansprucht. Die Belastung durch das Training wird gleichmäßig auf alle Körperbereiche verteilt. Mit der hohen Schwungmaße von 22 kg und dem individuell einstellbaren Trainingslevel ist ein effektives Ganzkörbtraining garantiert. Optimal für die Trainingsvariation ist auch die innovative höhenverstellbare Steigung. Und die Nummer 1 unserer Liste. Der Scandica Carbon Pro SF3200 ist ein Ellipsen Trainer mit Magnetbremse, der vor allem durch Qualität und Stabilität zu überzeugen weiß Punkt wer auf der Suche nach einem klappbaren Modell ist und trotzdem auf Qualität nicht verzichten möchte wird hier definitiv fündig. Der Vorteil einer Magnetbremse ist vielfältig. Zum einen ist damit ein geräuscharmes Training möglich. Zum anderen sind Ellipsen Trainer mit Magnetbremse oft günstiger. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Qualität darunter leidet. Im Gegenteil, das eingesparte Geld wird hier gut in die anderen Komponenten investiert, um eine gute Qualität zu gewährleisten. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke, dass Sie unser Video. Für mehr Aktualisierung, abonniere unseren Kanal.